Moin, ich bin Kai von der GOG Umweltschutz und Lebenshilfe und vom Gnadenhof Brödel und wir betreiben ganz unterschiedliche Projekte im Tierschutz, im Artenschutz, im Naturschutz und im Klimaschnitt. Bei uns leben mittlerweile deutlich über 100 Tieren. Eine ganze Menge Tiere sind auch vom Schlachthof gerettet, kann man ganz klar so sagen. Wir legen Feuchtbiotope an, wir legen Streuobstwiesen an, wir schaffen Blühwiesen, wir pflanzen jede Menge Bäume gegen die Klimaerwärmung. Also es gibt eigentlich immer irgendwas zu tun hier. Unterstützung ist hier immer gerne gesehen, aber das allerbeste, also mit Abstand das Beste, was ihr machen könnt, ist natürlich selber aktiv werden. Wenn ihr dazu aber keine Lust oder keine Zeit habt, ist das ja auch okay. geht ja nicht bei jedem. Wir freuen uns immer auch über Spenden. Das können ausrangierte Werkzeuge sein, das können kaputte Zäune sein, das kann Geld sein. Wir sind auf Unterstützung angewiesen und schaffen aber auch eine ganze Menge dafür und freuen uns immer über jeden, wenn wir uns in irgendeiner Form unterstützen. Wir sind auf, was ihr habt. Ihr wollt dabei sein, vielleicht wollt ihr aber auch erstmal nur zusehen, wie man die Welt im Kleinen ein bisschen besser machen kann, dann abonniert gerne unseren Kanal! Dankeschön!